Hallo Hockey Deutschland! Hier sind die beiden Brüder Timo und Benjamin Wess, langjährigen Mitglieder der deutschen Hockey-Nationalmannschaft und außerdem von unserem Klub Rot-Weiß Köln. Mitglieder der Nationalmannschaft, die 2008 und 2012 die Olympischen Spiele bestreiten durften und zweimal ganz oben mit dabei waren. Für uns traumhafte Erlebnisse. Und damit auch ihr erlebt, wie diese Geschichte erneut geschrieben werden kann, unterstützt bitte das Projekt Ecke Schuss Gold. Ja, auch ihr Rot-Weißen, seid Teil des Projekts Rio, seid Teil des Projekts Ecke Schuss Gold, kauft euch die DVD und seid ein Teil des Teams von Rio. Auf geht's!